Nur Tage vor dem möglichen Aus der chinesischen Video-App TikTok in den USA zeichnet sich ein möglicher Deal unter Beteiligung des Software-Unternehmens Oracle ab. Dabei ist noch unklar, welche Rolle Oracle genau spielen könnte. Eine komplette Übernahme des US-Geschäfts von TikTok scheint jedenfalls nicht geplant zu sein. Kurz zuvor hatte Microsoft mitgeteilt, dass sein Angebot für TikTok abgelehnt worden sei. Microsoft hatte wochenlang über einen Kauf verhandelt. TikTok hat es als erste chinesische App geschafft, auch außerhalb des Heimatmarktes eine enorme Popularität zu erreichen, besonders unter Teenagern. Der US-Regierung ist die App aber ein Dorn im Auge. Präsident Donald Trump bezeichnete sie als Sicherheitsrisiko, da die chinesischen Behörden über die App an die Daten von US-Amerikanern gelangten. TikTok streitet das ab. Trump unterzeichnete zwei Dekrete. Demnach muss TikTok-eigner ByteDance bis zum 20. September sein US-Geschäft loswerden. Andernfalls ist die App in Amerika Geschichte. Zum Zweiten soll sich ByteDance bis zum 12. November von allen Daten von Nutzern in den Vereinigten Staaten trennen. Medien zufolge könnte die Speicherung der Daten von US-Nutzern künftig durch Oracle erfolgen. Das Unternehmen ist ein wichtiger Anbieter von Cloud-Diensten. Für mal hat das Unternehmen aufgelistet sein. Sie hat die Verhandlungen Saharaus noch das Unternehmen zu finden. Die oder anderen Daten von US-Amerikanern zu einem einen und anderen Daten von US-Amerikanern zu einem und wir haben eine Daten von US-Amerikanern zufl上面. Und diese Daten zum Zweiten ist das Unternehmen. Oder sie wird sich aufgelistet werden. Vielen Dank.